Das darf er dann auch mal machen mit so einem Grundspiel, oh Miller, stark wie er da vorbeikommt. Playoffs, aber heute wird es mal den Sieg geben, Miller. Und Miller, was für ein Crossover! Miller, Miller, Miller! Aber so was von schnell vorne und unsportlich ist. Miller hat den Ball in der Hand, sucht das 1 gegen 1 gegen Matissek, kriegt den Platz durch seine Füße. Miller. Das pflicht von Miller, jetzt muss doch seine ersten Punkte geben. Wechselmannschaft, kann sich jetzt empfehlen. Oh, Miller. Ja, das ist...